Und wie gefällt's dir in Norwegen? Ach, ganz gut. Du hast es nicht hier? Nein, kann ich nicht sagen. Wirst du auch. Tun wir nämlich alle. Gefreiter Gustavvogel im Bereich 7 melden. Wie du meinst. Sie? Nein! Hier mit deiner Königin. Ich muss Ihre Ausweispapiere sehen. Tut mir leid. Sie können passieren. Kann ich Ihnen behilflich sein? Wonach suchen Sie denn? Stimmt etwas nicht? Interessieren Sie sich für den Prototyp. Soll ich Sie allein lassen? Hilfe! Hilfe! Stopp! Stopp! Hilfe! Ruhe! Ruhe! Achtung! Achtung! Als norwegischen Mädchen. Veldwebel Karl Dittmar in das Ausrüstungslager 2. Veldwebel Dittmar in das Ausrüstungslager 2. Das ist ja lächerlich. Sehr ehrlich. Das stimmt aber. Fritz sagt, dass Gott seine erste Spezialeinheit mit der Suche nach dem Bunker beauftragt hat. Warum macht der Widerstand sowas? Die haben Angst, dass wir alle hübschen Mädchen ins Vaterland mitnehmen, um die Herrenrasse zu verfeinern. Irre. Kaum zu glauben. Ach, das ist gar nichts. Die Norweger spinnen alle. Achtung, Achtung! Leutnant Kerbeck warf zuvor zwei Ladefahrzeuge in Lager 1. Kann ich bitte Ihre Papiere sehen? Tut mir leid. Sie können passieren. Ach, das war's. Das war's für heute. Ich muss bloß Ihre Papiere sehen. Achtung! Hier ist der Wehrwachtsbericht von Ostfront. Die europäischen Soldaten unserer 6. Armee haben einen großartigen Sieg gegen die russische Bedrohung errungen. Es gab 300 Tote unter den beiden Rutschen-Biefelern. Hey! Achtung! ARD Text im Auftrag des ZDF Was ist das? Was ist das? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Oh, damn it! That's it! Oh, damn 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 it! Untertitelung des ZDF, 2020 I think I wet myself. Let's go. Let's go.